Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es hier um eure Sammlung und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, dieses Video ist ein kleines Informationsvideo. Auf die Idee bin ich letztens gekommen. Ich war ja den Julian besuchen, also von Julians Film Eversum und der hat auch eine schöne Disney-Sammlung, also sehr gute Sammlung mit Film, auch sehr gut präsentiert. Und ich hatte ein Video gemacht, das habe ich auf dem Simi-Kanal hochgeladen, dass mir die Idee gekommen, ja, wir sind doch alle Film-Junkies, wir sind eine große Community, jeder hat wirklich eine sehr, sehr schöne Sammlung. Und ja, wer da jetzt Interesse dran hat, kann mir da von seiner Sammlung einfach ein Video schicken und ich veröffentliche das hier auf diesem Film-Junkies-Kanal, dass so andere Leute auch mal eure Sammlung sehen. Weil, ja, so eine Sammlung will man ja auch ein bisschen präsentieren, sage ich mal, man ist stolz drauf und ja, so ist mir die Idee gekommen. Ich habe jetzt zum Beispiel das Video von dem Julian, von seiner Sammlung, das werde ich hier auf diesem Kanal auch noch hochladen. Die Videos sollen ganz einfach gemacht sein, nicht zu lang, jetzt keine Stunde oder so, nicht zu ausführlich. Einfach so ein bisschen die Sammlung so langsam abfilmen, das kann man auch mit dem Handy machen, wer jetzt da nicht so großes Equipment hat oder so, kann man das abfilmen. Und ich lege da einfach nur, man muss da nichts sprechen, nichts sagen, ich will da einfach nur Musik drauflegen. Wie gesagt, schaut euch das Video von dem Julian an, ja, das erste, ja, Overview-Video sozusagen auf diesem Kanal hier, so meine ich das ungefähr. Man kann zum Anfang, wenn man das möchte, das muss man nicht, kann man natürlich sich kurz filmen, sich kurz vorstellen, wer man ist, ein paar Worte vielleicht zu sich und seiner Sammlung sagen. Nur ganz kurz, so ein, zwei Sätze, nur wenn man will. Das muss nicht sein. Dann würde ich das sozusagen als erstes reinspielen und dann zeige ich die Sammlung mit Musik und normalen. Man muss da nichts sagen und wie gesagt, nicht zu ausführlich zeigen, sondern, ja, genau wie ihr es bei dem Julian seht zum Beispiel, in diesem Stil kann man das machen. Die Videos sollten nicht zu lang sein, ja, es kommt auch darauf an, was für eine Sammlung er hat. Ich würde mal sagen, so nicht länger als 15 Minuten, das ist so, das Limit länger sollte das nicht sein. Das ist so, ja, wenn ihr da jetzt mal eine Minute drüber seid, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, es kann ja auch Leute sein, die wirklich eine riesen Sammlung haben, wo das natürlich nicht machbar ist. Dann kann es auch mal ein bisschen länger gehen, aber so im Grunde versucht er mal unter 15 Minuten zu bleiben. Wie gesagt, wenn er bloß einen kleinen Sammlung hat, ist auch nicht schlimm, wenn das Video bis 5 Minuten geht, auch bloß 3 Minuten. Alles gar kein Problem. Und, ja, das ist so eine Idee. Mal gucken, ob es klappt, ob da überhaupt Interesse von eurer Seite aus besteht. Ja, also ich finde das ziemlich cool. Wie gesagt, von mir kommt auch bald eine Überwachung von meiner Sammlung hier. Ich muss da noch ein bisschen was bauen und umstellen. Wenn das alles fertig ist, dann kommt da natürlich auch auf diesen Kanal hier ein Video in diesem Stil. Ja, und ja, wie machen wir das Ganze? Am besten kontaktiert mich einfach unter der folgenden E-Mail-Adresse, kontakt at diefilmjunkies.de. Dort könnt ihr mich anschreiben. Und, ja, am besten das Video. Wie kriegt ihr das zu mir? Entweder ladet ihr das bei euch irgendwie in einem Dropbox-Ordner hoch oder in, es gibt ja hier noch von Google Drive oder wie die alle heißen, irgendwie da hochladen, freigeben, den Link mir schicken. Ich ziehe mir das runter, sage Bescheid, ich habe es und ihr könnt es wieder löschen. Oder, wie gesagt, wenn ihr einen YouTube-Kanal habt oder so, könnt ihr das dann natürlich auch hochladen, mir den Link schicken. Also auf Privat setzen, mir den Link schicken. Nicht auf Privat, auf Nicht-Geliste, glaube ich. Genau, mir den Link schicken. Aber, wie gesagt, da können wir uns ja noch einig werden. Das ist jetzt nicht das Problem, dass man die Datei zu mir bekommt. Und, ja, ich würde es dann bearbeiten und den hochladen. Ja, wie gesagt, mal gucken, wenn ihr Lust darauf habt, können wir das so machen. Wie gesagt, schaut euch das Video von dem Julian an, von seiner tollen Sammlung. Und in diesem Stil, so ungefähr, würde ich das gerne machen wollen. Ja, in diesem Sinne soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.